so probiere ich mal so eine liste ich probiere mal westward das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Schauen wir mal ob der Vogel heute fliegt ich dachte jetzt schon ganz ohne Vogel aber leider nicht da ist er und Freispiele mit dem Büffel. Na dann schauen wir mal jetzt. Auf geht's. Kommt Verlängerung. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Schauen wir mal mit 30 Cent Einsatz also ist ja Zusatzeinsatz. Vielleicht kriegen wir noch mal Freispiele. Ja. Schade. 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 Dann können wir schon mal weiter. Dann können wir schon mal weiter. Oh, der Büffel. Das wären 36 Euro gewesen, wenn der ein höher gewesen wäre. Und auch die Lok, schön. Und jetzt ein Vollbild davon, wäre nice. Verlängerung. Jawohl, schön, direkt eine Verlängerung. Und noch eine. Ja. 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 Schade. Ja. 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 Ich muss mal kurz einen Break machen. So hoffentlich kommt noch was. So hoffentlich kommt noch was. so ich habe mal lust beziehungsweise ich habe mal altere spiele durchgeguckt ich probiere mal canon sander das ist auch schon eigentlich ein sehr altes spiel und schauen wir mal ob wir mal freie spiele sehen ach so hier ist der gewinnplaner für euch sehen wir wissen worum es geht Tragurgel auch nicht so richtig ich muss mal kurz einen Break machen und weiter gehts so 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 Tragurgel nicht freie spiele kommen nicht so 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 am besten erst mal die 5 Euro ja, vorbei 10, das ist doch schon mal besser auch nur eins schade komm, verlängerung ja, geht doch mit einem Bonus Symbol ist natürlich schwierig was richtiges zu kriegen it's time now spin the wheel go 8 8 bitte 3 Whites wieder nur eins das schade ah schade ah es war ein bisschen schwach leider für die ganzen Freispiele aber ja mit nur einem Volt kann man nicht viel reißen die so ab ich mach mal ein anderes spiel, das glaub ich